recht herzlich willkommen zur 52 folge von faktorio so wir haben ja produziert letztes mal immer weiter hier munition schon wieder 24 drin das läuft das war verkehrt so eine kiste das haben wir ja gerade gesehen beim integrierten greif abend er hat nichts mehr daran gehabt dass man ausgeschaltet so was haben wir hier oder können wir den erstmal umsetzen der macht nichts mehr den können wir dann die falsche taste drehen und dahin bauen und gerade mal so na dann läuft es da auch wieder ein bisschen mehr rein so hier geht es von zwei spuren auf einer was produziert er eigentlich hier muss was drin sein 17 stück sind da drinnen aber die können wir woanders besser gebraucht mit der modellation machen hier dann geht es dann auch voran und jetzt bei dem aus genau das gleiche im grün da fehlt das dann würde ich doch sagen macht doch keinen sinn wir den da haben noch mal so so pack mal da drauf genau dann geht da auch was weiter so sieht es gut aus alles was er reingemacht hat macht er jetzt erstmal wieder raus alles prima gut 36 stück der holte ordentlich rein so also kupferproduktion läuft die brauchen wir brauchen die eisenplatten und stahlträger stahlträger sind verdammt viele sag schon ja das ist irgendwie komisch das könnte da rein da rein wir haben hier noch welche so jetzt macht er dann noch weitere stahlträger oder die frage werden die abgelegt jeder kommt der einer aus der kann man nicht auspacken kann ich den denn da einsetzen und da geht das nicht das geht nicht aber da da geht ein so wunderbar läuft produzieren wir noch mehr stahlträger brauchen auch gut läuft hier ist fürchterlich arbeiten 29 kann ich gar nicht so schnell rüber tun wieder wieder was reinpackt gut läuft jetzt machen wir mal da rein um zu sehen wie wir haben wenn ich nicht drinnen sitze sehe ich nicht wie ich habe insgesamt und die 62 km oder reinpacken ja da sind 766 624 und 1921 das ist noch einiges noch ohne ende müssten wir eigentlich noch mehr städten bauen wo wir das reinpacken können kupferplatten zu schwach ja sieht so aus stahl ist überall drunter mittlerweile kupferproduktion müssen wir nachholen hier werden schon welche gemacht schmelzofen kann ich das dahin bauen damit er darüber greift wahrscheinlich eher nicht wo kriechen schmelzofen ist auch gleichzeitig da was wegnimmt komm ich packen daneben dann brauchen wir da ein roboter und daneben brauchen wir wiederum ein fließband und strom ist auch noch gefragt so passt schon fließband ich hätte sagen da lang weiß noch nicht mehr das geht so nicht nee das ist doof so oder das müsste funktionieren so und dann bräuchte ich noch einen roboter der da rauspackt wieso packt der einer da nicht rein wenn er falsch rum ist alles klar so jetzt hat er auch sprit so und was muss er haben jetzt müsste ich so einen langen roboter noch bauen großer greifer fehlen mehr stahlplatten muss sie dann erst besorgen die gibt es doch aber da gibt es auch gerade keine stahlplatten mehr okay das heißt wir müssen hochfahren zug und nachschub holen so dann mal los neue ladung eisenerz holen da kommen wir an läuft die grünen kästchen hier dran den zustand des anhängers ist ja schon gut aber viel schöner wäre zu sehen wie gut drin er ist ne das würde man viel mehr brauchen aber naja mir fällt bald eine wand aus das kriegen wir schon hin ne da geht ja recht zügig ist ja ein riesen erzfeld hier drüber ne sieht doch nicht so aus als ob es weniger wird da ist er voll dann noch was geschafft dann können wir ja zurückfahren und fertig komischerweise fährt er so rum viel schneller ne da er packt schon wieder kohle aus diesmal nicht mal wieder gut geklappt ne das ist auch ärgerlich ne dann räumen wir mal hier alles ein bis die kohle weg ist wieder kommt immer noch kohle das ist aber doof ne dann ist er doch irgendwo auch wieder einer oder na jetzt ist auf jeden fall die kohle weg so dann gehe ich davon aus dass da oben der zug leer ist ne ist er noch nicht mal dann stellt sich die frage wo die kohle dann her kam aber ist auch egal der zug ist wieder voll alles im grünen bereich okay so hier unten fehlt es uns jetzt noch an stahlplatten die wollten wir haben die gibt es hier so ich glaube jetzt sind wir erst genug was braucht man den großen greifarmor genau den kann man jetzt auch bauen den wollten wir bauen und er packt das da rein ne das geht ja nicht mal gucken wie wir den da hinkriegen ne wird das so gehen erstmal gucken ob wir das so hinkriegen ne ne so rum warte mal wenn wir den drehen so läuft es oder jetzt kommt nur die falsche sache da mit rein sehe ich gerade also geht das doch nicht gut hat sich erledigt weg damit aber das geht da ja oder machen wir anders wir passen nicht hin oder was da steht irgendwas im weg ne jetzt geht's zuck 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 so und was ist jetzt hier los da sind eisenplatten reinkommen deswegen geht das nicht okay jetzt müsste er aber gleich auch wieder laden naja ok da ist jetzt so viel drin könnte ein bisschen knapp werden naja irgendwie geht es schon läuft erstmal gibt es mehr kupfer kupfer ist auch schon ein kreislauf wieder reichlich drinnen wie man sieht wir haben auch noch mehr auch 100 mehr geworden haben wir noch die drinnen und da haben wir auch noch die drinnen aber die haben wir abgestellt ja genau das kupfer dreht sich jetzt überall und keiner will es haben oder wie und kupfer platten hier entweder hier kommen wir welche rein sieht so aus als ob es funktioniert macht er reisen die nimmt keiner ab was hier passiert also der nimmt so langsam auf ok auch schön das bedeutet den kummer gerade wieder drehen nimmt auch wieder ab wird auch hier wieder produziert ok gut aber ich würde sagen für die folge soll es auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 Vielen Dank.